wenn wir das jetzt alles gelaufen wir werden jetzt auch unterwegs und nicht mal und ich mal hier sondern erst bei der hälfte von da hinten irgend so vielleicht der wüste vielleicht wieder die pyramide so keine pyramide muss sein da hinten ich hoffe wir finden mpc darf hier irgendwo ich werde mich leise wir müssen was finden würden wir haben zwar hinten jetzt bei uns aber das haben wir schon ausgelootet da haben wir eins was so das ist die pyramide das sand untergegangen ist da unten drunter ist wieder tnt ich weiß auch die dringend drauf gekommen auf die druckplatte werde ich nicht gut ausgehen zauber das buch schärfe haltbarkeit knochen müssen es dann so machen die warte der vierte hast du dir immer so weit über pferde dann fliegen wir weiter der hoffnung ein mpc darauf zu finden und natürlich mundieren wir uns wieder nach hause so lange bis wir grise mini grise mini map pz wie das ist aktualisiert wurde der mörder keine ahnung wie sich das ding schimpft ich verstehe bloß nicht warum hier kein mpc darauf ist sonst habe ich in der höchste immer eins gefunden auch wenn die pyramide schon da war dann lassen wir mal die welt nachladen sonst braucht man nicht so 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 die hier oder gehen nach hause da mal nach mpc doch ob die doch bücherregale haben da hinten glaube ich wie ich mich noch erinnern kann kann war ja schon lange her so hat sie folgen könnte sein weiß ich nicht jetzt bei folge 75 74 keine ahnung kannst du es ja unten lesen dann unter dem video ja doch die frage und zwar wegen sind ich mache auch so tutorials und so wenn du wenn du noch so idee hast was du sagst ja ich war auch unbedingt immer schön die aus kisten versteckt oder hey ich brauche eine maschine die aus kisten nicht verstecken kann oder so dann schreibst in die kommentare und ich setze mich dran und schau wie das funktionieren kann mach dann darüber tutorial na das würde das möchtest ich selber dran setzen setze ich mich dran das ende bezieht als habe ich schon geplündert die truhe beim schmied alle brauchen ja nur bücherregale deswegen hoffe ich dass diese kleinen das kleine dorf hier bücherregale hat ja die haben bücherregale so okay ab nach hause aber ich verstehe bloß nicht warum wir da hinten immer spawner statt hier drin das sind meine die frage und sie macht mir ein bücherregale auch ja auch bücherregale er wie es benutzen soll dann schauen wir mal schnell rein bücherregale bücherregale nein nicht bücher bücherregale 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 herstellung drei bücher und drei holz und sechs holz okay so dann so angeordnet wir haben einen verzahmungstisch zack zack tnt tnt das war so 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 tnt 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 aber schon mal sechs bücher das ist ja trotzdem gut das ist ein weiter mehr aber das machen wir hier nicht die bücher tun wir mal dahin das buch wir haben irgendwo leder ok dann ist es hier beendet und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin tschau leute haut rein lasst es klappen